... die interessbare Bluttat des Günter Canun und was sie uns alle angehen könnte. So heisst der Titel des Dokumentarfilms von Marian Pletscher, den wir Ihnen jetzt zeigen. Der Film befasst sich mit der ungladlichen Geschichte, die sich vor rund zwei Jahren bei der Zürcher Baupolizei abgespielt hat. Eine Geschichte, die nicht nur in Zürich, sondern auch im Ausland Schlagzeilen machte. Marian Pletscher hat diese Geschichte, denn auch filmisch, so aufgearbeitet, dass klar wird, dass sie zwar viel mit dem Amt und der Stadt, in der sie passiert, zu tun hat, dass die erschreckende Identifikation vieler mit den Tatumständen, aber auch anderswo, hätte stattfinden können. Es ist deshalb eine Geschichte, die uns alle angehen könnte. Ein Film auch, der Hintergründe und keine Sensationen sucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017